Aua, meine Knochen, Hilfe, 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 wer ist denn da? Der Tanzwerk. Grüß dich, wo sind wir hier? Wir sind hier in der Welt von Secret Neighbor. Oh, und ist das wie das echte Spiel Secret Neighbor? Ja, aber schon. Äh, ich bin mit Nepomod, also mit Phantom, ja vorher durchs Portal gegangen, in Minecraft. Und jetzt bin ich einfach in den Secret Neighbor gelandet. Hast du mich hier irgendwo liegen gesehen? Er ist nämlich mit mir durchs Portal gegangen. Nein, dabei noch nicht. Okay. Kann es sein, dass er im Keller ist? Ich nehme mal an, wir müssen das Tor aufmachen, oder? Ja. Ja. Schauen wir mal zum, äh, Kido. E? Sag ich. E? Ja, so ein Schlüssel. Hey, tja, nett. Wird uns fortgelegt. Toll. Dann fehlen uns jetzt noch zwei blaue und ein roter Key. Wollen wir die zusammen suchen? Ja, der Stream Team. Jaja, auf jeden Fall. Wir suchen hier mal in der Badewanne. Ja, äh... In der Netzwerk-Team. Transfer? Ich habe einen Schlüssel gefunden. ich auch ich auch ich auch ich auch welchen ich im blauen stecken wir die mal ein ich hoffe wir befreien fand er mir auch so schnell es geht so wir brauchen jetzt noch einen schlüssel soll das übrigens eine lampe das sehen wir noch mehr da scheinen wir aus ist hier na ich glaube jetzt nichts oder es alles offen das schadet sich nach haus ist auch nichts ich weiß wo ein kies sein könnte ich habe roten wo bist du du hast den schlüssel na gut dann müssen wir schauen dass wir noch sicher runter kommen dann haben wir eigentlich fand er mir auch befreit ah ja wie erstaunen warst du ich hab dich da nicht sehen das wäre ja Ja. Pass auf! Nein! Nein! Wie kann ich dich treffen? Nein! Oswald ... ... ... ... Untertitelung. BR 2018